Ja Leute, Hallihallo und Willkommen zu einem neuen Video. Ich war wieder mal ein paar Tage länger weg, weil meine Grafikkarte am Arsch ist, wegen eventuell Kabel und ich habe jetzt ein neues Kabel bestellt und, und, ja jetzt morgen probiere ich, ich habe das Kabel erst gestern erhalten, ich probiere es morgen aus. Ja, ich lese meine wunderschöne Tora, ich habe die auch als Buch, aber ich lese sie hier auf der Talmud.de Seite. Ja, die heißt Talmud.de, aber es ist nie der Talmud bei uns drin, bei uns Juden. Ja, ich lese das und lese und mir ging es vor ein paar Tagen schlecht, mein Zahn hätte ich fast verloren, mein Backenzahn 37er wird also von einer guten Ärztin, in Nürnberg haben sie sich ungefähr, fürs Ausschreiben habe ich 15 Zahnärzte gesucht in meiner Umgebung, vielleicht sogar waren es mehr und nur ein Zahnarzt bzw. eine Zahnärztin hat sich gemeldet und am Schleppchen. Aber die Tora und die Psalme machen mir natürlich großen Mut, ganz klar und gibt es natürlich Sachen, die ich übersetzen muss, weil ich arbeite an einem Projekt und will halt auf meiner Seite dann euch das moderne Sprache, das Judentum vorstellen und hundert Beweise, warum wir Schuhe von Nazareth nicht benötigen, aber gut, dass er da war. Und ja, und das ganze mit den Sachen halt immer ist das Problem, dass wir halt auch ab und zu mal was schauen, als YouTuber schaue ich auch und als ganz normaler Bürger. Und ja, dann bekomme ich wieder, weil ich jetzt Marvel Sturm der Superhelden spiele und dann bekomme ich einige so wegen meinem ehemaligen schönen Video zur AfD immer irgendwas Negatives und habe ich mir gedacht, naja, ich muss gar Stellung dazu nehmen, das mache ich doch gerne. Ich verstehe nicht, warum die Leute, wenn sie irgendwann früher irgendwas gemacht haben, dass sie immer nicht dazu stehen und weglaufen. Das ist irgendwie neuerdings Mode oder Trend geworden. Ja, ich werde versuchen, das Video nicht länger zu halten, nur so kurz wie möglich. Danach werden wir dem nächsten Tage Videos dazu bringen, werde ich rausbringen. Ich habe mein hochwertiges Mikrofon auch nicht angeschlossen momentan, deswegen hört man mich vielleicht nicht so. Das ist das Mikrofon von der Webcam. Ja gut, lange Rede, kurz Sinn. Ich habe heute wieder was Neues erhalten und ich dachte, das wäre neu. Das ist aber ein Beitrag von vier Monaten. Ich habe keine Ahnung, warum Frontal immer so spät alles gibt, warum ich da so spät empfohlen bekomme. Aber YouTube Algorithmus als Programmierer würde ich viel besser programmieren. Aber naja, YouTube Algorithmus ist... Kannste knicken. Ist auch so ne witzige Sache. Okay, das Thema ist 10 Jahre AfD, also nicht die Drohre. Die Gründer packen aus. Also ich habe mir das Video komplett angeschaut. Ich werde auch keine Reaktion drauf machen. Ich werde nur eine kurze Antwort darauf machen. Und ich werde versuchen, in den nächsten Tagen auch so kurze Antworten oder sagen wir mal, so gut wie möglich, das Resümee zu den Berichten zu machen. Weil Reaktionsvideos sind halt nicht originell und ich merke sowieso, es sind keine so wie Klicks. Und Menschen können nicht lange zuschauen. Menschen sind nicht so wie ich. Super Edition, können drei, vier Stunden schauen. Das können die meisten nicht. Die Generation ist vorbei. Also lange Rede, kurz Sinn. Ich habe mir das angeschaut und ich muss vielen Leuten zustimmen. Und obwohl ich ein AfD-Wähler bin und ich versuche jetzt mich da zu bewerben, um ganz knallhart zu schauen, wie da drüben das ist. Weil ich mache mir natürlich immer Gedanken. Und wenn ich als Jude sowas sehe, dann kriege ich schon ein mulmiges Gefühl. Einen schönen Gruß an dich. Und Punkt. Ich muss hier diesen Namen tatsächlich abkürzen, weil es gibt bei uns oder gab es mal bei uns einen, der auch so wie ich Jude ist. Aber er war ein Bruder der Sorte, der nicht so Juden mag, die ein bisschen anders ticken und nicht mit Gefühl gehen. Obwohl meine Großmutter im Endeffekt oder einige meiner Verwandtschaft auch gekillt wurden im zweiten Weltkrieg, aber meine Großmutter überlebt hatte durch viel Glück, existiere ich deswegen hier. Und dafür bin ich halt vom Ewigen erschaffen worden. Aber es gibt welche jüdischen Brüder oder Geschwister, die das nicht so tolerieren und sehen. Es ist ja schade, dass die keine eigene Meinung sich bilden, aber ich verstehe es vollkommen, wenn die mich hassen dafür, dass ich wieder mal ein anderer Typ bin und so kontrovers, dass sie mich am besten abschlachten würden. Sie sagen es schon nicht, aber durch meine Fähigkeit, die Gabe des Ewigen habe ich, kann ich ihre Gedanken lesen und sie würde es tun, wenn sie es könnten. Und ich würde es ihnen gar nicht mal verübeln und ich bin auch nicht sauer auf diese Leute, weil mein Gott, in dem Affekt oder in dem Moment sind Menschen nochmal wie sie sind. Das ist alles menschlich. Man hat viele unsere Propheten auch gekillt und das lesen die Leute auch nicht gern, die Wahrheit. Aber gut, kommen wir zu dem Resümee. Also ich muss sagen, einen kurzen Bericht, das hat mir sehr gefallen, aber ich fand es sehr, sehr einseitig wiederum. Aber das ist okay für mich, CDF, ich habe mal mit Medien gearbeitet, ich habe bei den Medien gearbeitet, bei der Fängische Landeszeitung früher und auch mit anderen Medien gearbeitet und die müssen das so schreiben, okay? Ihr dürft nicht vergessen, nochmal bevor ich meine Resümee gebe, ihr dürft nicht vergessen, man kann nur das sagen und das von sich geben, was man sieht, okay? Das heißt, ihr könnt nicht erwarten, dass CDF zum Beispiel oder ARD, dass die halt jetzt mal das alles aufbereiten, weil in dem Moment würden sie sich das nicht gelügen, okay? Und wenn jemand zum Beispiel auf so eine AfD-Messe geht, ich habe das nur mitbekommen von außen, ich war nie dort direkt, würde auch gerne, deswegen versuche ich da dort direkt hinzugehen, euch mal ein Video darüber zu machen, wie es wirklich dort aussehen sollte, ne? Nehmen wir mal an, jemand geht dort hin und dann gibt derjenige sozusagen gar nicht zu sich preis und hört nur zu, okay? Dann könnte es durchaus schon sein, dass der das eine oder das andere falsch versteht und da muss man halt wirklich sehr viel Geschichte gelesen haben und Gerografie, ne? Man muss ja viel, viel stark differenzieren und das kann manchmal der, der zum Beispiel bei den Linken ist oder bei SPD, FDP kann das nicht so. Nicht, weil er jetzt böse ist, sondern weil er das nicht gelernt hat. Das ist wie ein bankenfalls Beispiel. Stellt euch vor, ihr, das ist das beste Beispiel, was man geben kann. Stellt euch vor, ihr habt schon zehn Häuser gebaut und ihr habt Erfahrung von zehn Häusern. Nun, euer bester Freund, will gerade sich ein Haus bauen und fantasiert und hat sich erkundig und macht, ach, 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 das ist so einfach, Pille, Palle, das mache ich in eine Sekunde, jawohl, ich bin Gott, super dich, ne? Sagt er sich, ne? Und ich bin der tollste Hecht, ich habe die hundertmillionsten Weltenpreis und so weiter. Also der, der geht von sich hin so, dass ihr eigentlich erschlagen gerne würdet. Aber das ist normal, okay? Weil euer bester Freund, der kann ja nichts dafür, der ist ja motiviert. Und statt ihm halt zu sagen, hey, das schaffst du nicht, ich bin eifersüchtig auf dich, ne? Satan, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, wer hat mich gerufen, wir werden euch töten und so. Es gibt Menschen halt, die einfach so draußen, das sind die meisten, sollte man sagen, hey, pass auf, ich helfe dir. Und dann wirst du sehen, das ist nicht so einfach, aber ich bin ja gerne bereit zu helfen. Diese Art gibt es halt bei den Menschen nicht. Ganz wenige, das ist halt Biologie. Dafür können die Leute nichts. So, ihr stellt euch vor, euer Freund baut dann das erste Haus, also Kopfkino bitte, und merkt, hm, es ist gar nicht so einfach. Und dann auf einmal merkt er, das, was er sich vorgestellt hat, passiert nicht. Was will ich euch damit sagen? Und hier breche ich das Beispiel ab und komme auf den Punkt. Was will ich euch damit sagen? Dass der eine hat gewisse Sichtweisen in seiner Bubble und kann nur das sehen, was er schon erlebt hatte. Und der andere hat eine gewisse Erfahrung, die er schon erlebt hatte, weil er das schon gemacht hatte. Das heißt, die Linken, die FPT, die SPD und die Grünen, die können nur so Sachen betrachten, in der sie drin sind. Und was außerhalb dieser Bubble läuft, können die nicht sehen. Das heißt, sie können nicht sehen, dass die AfD gar nicht so böse sind, wie sie jetzt gemalt werden. Aber die Worte machen eine Menge raus. Das heißt, die meisten Menschen, die sagen sich, die sind dezent. Die meisten Menschen, die sagen Njum 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 Sprache Njum 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 Njum. Und das sind die Leute einfach nicht, aber es wird halt so gemalt und es wird so manipuliert und das ist halt ebenso, muss halt CDF handeln, die können nichts dafür, sie müssen so, okay. Und ich weiß noch damals, als mich die Kinder töten wollten, als ich in die erste Klasse reingekommen bin, ich war schon im Kindergarten, dann später erste Klasse, dann wollten sie mich töten im Kindergarten, weil ich ja Suavo Mir Ange heißt, also Suavo Mir Ange, und das ist ja nicht deutsch, und das ist nicht arisch, und das waren alles, das hat sich später rausgestellt, oder ganz lustig, das waren alles CSU, also alles CSU und SPD Kinder, die mich töten wollten. Und da müsste man ja sagen, ja, Moment mal, wenn die CSU und die SPD Kinder das machen wollten, dann sind ja Nazis, dann müssen sie ja nicht gerichtet werden. Aber so einfach ist das eben nicht die Kinder wiederum, die haben halt so beigebracht bekommen, alle, die nicht Aria sind, ja, aber es war leider bei mir so, und man müsste doch die Kinder dann von SPD und CSU, man müsste sie bestrafen, oder da, wer hat mich gerufen, aber das ist leider nicht so, sondern zu diesem Zeitpunkt waren halt die Kinder so, und dann haben die mich halt am Baum gefesselt, haben sie halt so diese, diese, ähm, äh, ja, wie nennt man das, Stücke genommen, spitze Stücke, haben sie gespitzt, und haben halt, äh, mich erstochen, also fast, ne, also irgendwann kam die Lehrerin, was ist hier los, ne, und ich hab geblutet und so, und dann haben die halt gesagt, er muss vernichtet werden für eine bessere Welt, das haben die wortwörtlich gesagt, SPD und CSU Kinder, okay, und, ähm, das haben wir, äh, äh, was ist das für eine verkehrte Welt, was ist das CSU, das kann man sagen, da, 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 ne, die Leute, die begreifen nicht, und schon, dann werden sie verrückt, aber das war halt so, und ich verurteile die Kinder nicht, ich hab'n schon längst verziehen, ne, und hab' mir gedacht, ach, wir können ja nicht dafür, also, Nazi, im Endeffekt, ist das Wort vom Kontext total falsch verstanden worden, Nazi haben die Amis gefunden, vom Kontext, wo man sagt, Extremismus, ne, was zu viel ist, das meint die mit Nazi eigentlich, und das kann im Endeffekt jeder Mensch sein, jeder Mensch kann zu Extremismus veranlagt sein, also egal, ob er Jude ist, ob er Pole ist, Tscheche, Russe, Deutsche, Japaner, Chinese, alle können extreme Verhalten, äh, haben, nur das ist der Mensch, das ist Biologie, okay, also, ja, Hippothan, Professor, Professor Hippothan, zweit strengeswittend wieder, okay, also, lange Reden, kurzen Sinn, ähm, die Berichte, äh, sollt ihr nicht zu ernst nehmen, von CDF, sondern es ist nur eine Meinung von dem Ganzen, ähm, von daher, lange Reden, kurzen, die AfD, die ist jetzt den Jahr auf dem Markt, und das Allerwichtigste ist, was mein Fazit ist, ähm, ich werde da erstmal mich bewerben, werde da mal vielleicht tief reingehen und mal schauen, wie sie Juden behandeln, ne, weil ich jetzt Jude, sag mir, okay, machen wir einen kurzen Prozess, schauen wir, wer ihr wirklich seid, ne, und, dann werde ich auf jeden Fall auch Videos posten, und mal schauen, wie sich das entwickelt, ähm, dann zu dem Video, äh, die Spurensuche, und die Gründe, ja, die Gründe haben ausgepackt, und die Frage ist halt so eine Dokumentation, was für Geld haben die erhalten, weil in einer Doku ist es so, dass viele Leute das nicht verstehen, ich habe ja selber hinter den Kulissen, äh, in dem Bereich gearbeitet, und ich weiß, wie das ist, dann bekommen die Leute Geld für Aussagen, wenn zum Beispiel ein Wetten, dass, äh, Arnold Schwarzenegger eingeladen wird, äh, bei Wetten, dass, äh, damals, oder zumindest, wo Thomas Gottschalk, äh, der Chef, also, nicht der Chef, aber der, äh, Moderator dafür war, äh, dann hat Arnold Schwarzenegger Geld dafür erhalten, okay, und es lässt, dass der Lohne hat Geld dafür erhalten, und es, äh, ist nicht so einfach, wie man denkt, die kommen nicht aus Spaß, und die, umsonst kommt keiner, so, dann müsst ihr mal im Hintergrund wissen, wie viel Kohle für die Aussagen erhält man, ne, weil die Medien, die müssen ja auch was zahlen, ähm, Aussagen manchmal sind nicht so einfach gemacht, weil Persönlichkeiten sind rechtliche Sachen, äh, noch müssen besprochen werden, das ist immer wichtig, äh, wenn ein, äh, Agent angerufen wird, hey, willst du da eine Aussage machen, dafür kriegst du so und so viel halt Schnittmaterial, ähm, da werden wir dich das fragen, und, ähm, das und das, ähm, können wir dir geben. Es ist sehr schwierig, dass du verstehen, was ich jetzt sage, warum die Medien natürlich alles, äh, leugnen, oder halt, halt, äh, alles abstreiten, aber das ist okay für mich, wenn sie es abstreiten, weil durch das Abstreiten haben sie es ja schon zugegeben, ne, so wie, äh, die wunderschöne, äh, äh, Frau, äh, nicht die Frau, sondern diese süße Frau, sagt, ja, sie hat es abgestritten, also hat sie es gemacht, alles klar, ne, deswegen, äh, muss nicht jemand, äh, was abstreiten, wenn er was gemacht hat, äh, wenn er was, also wenn er was nicht unterschreibt, heißt es nicht, dass er der Böse ist, okay, äh, weil oft, äh, sind so eigenstaatliche Versicherungen, äh, mit Klauseln verbunden, und es ist nicht so easy-beasy, man trägt nicht alles, was da drin steht, eigenstaatliche Versicherungen können manchmal negative Auswirkungen haben, äh, für einen Mandanten, äh, wenn der Mandant zum Beispiel das unterschreibt, ohne seinen Anwalt, äh, oder seine Anwältin zu konsultieren, dann, äh, das ist das, warum, ich kann euch erklären, warum sie es nicht unterschrieben hat, okay, äh, was aus einer juristischen Perspektive, so, ähm, eine juristische Perspektive ist, es wäre total bescheuert, einfach jemandem das zu bekommen, zu geben und, äh, zu konfrontieren, warum, selbst wenn die Person, das will ich nur abschließend noch sagen, das ist mir fertig mit dem Video, weil ich sehe schon, die Leute zittern schon, und mit dem Hip-Hopter-Professor schon, aua, aua, er haut mich schon wieder, aua, äh, genau, ähm, also, ich versuche es zu erklären, äh, so einfach wie möglich, ne, oh, wei, also, wenn, selbst wenn die Person nichts verbrochen hat, kann es negative Folgen haben, okay, immer, weil, du weißt ja nicht, was da drin steht, A, eine eindestattliche Versicherung, und B, was die Medien im Hintergrund mit dir wirklich vorhaben, was sie damit bezwecken wollen, mit, äh, so einem, hier, da, und du schreibst, du bist ein Mörder, äh, wieso? Ich hab doch nichts gemacht, hä, 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 hä. Aber wir wissen es, was du gemacht hast, denn jemand anders hat eine staatliche Versicherung. Und das Witzige ist, der jemand anders ist noch verdeckt. Und wieso ist der verdeckt? Wieso, hä, so verdeckt? Moment mal, wenn jemand dazu steht, dass er denjenigen kennt, dann soll er sich offenbaren. Steht in der Tora drin und nicht feiglich sein. Und das ist so hinterlistig ohne Ende, das. So müsste er schon Fragezeichen kommen. Hä, was ist denn hier los? Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, im juristischen Bereich, wenn dann einfach der Anwalt konsultiert oder die Anwältin. Und dann kann dann die Person, die juristische Person dann sagen, okay, können wir machen, machen wir mit, segnen wir ab oder nicht. Okay, das heißt, in dem Bereich, also wenn jemand sowas jetzt dahin legt und das nicht abgesprochen ist, irgendwie ist alles sattgesprochen in Dokus, das meiste davon. Sonst wirst du erledigt sein. Sonst wirst du verklagt. Okay, ich versuche, mich zu beherrschen, weil ich habe sehr viel Wissen. Und ich habe zu viel Wissen, sagt der Rebbe. Und für mich sind die Menschen wie Babys. Und deswegen lache ich immer, weil ich sage, ey, es gibt es doch nicht, dass man so ein Grundwissen nicht hat. Und ja, soll ich wieder was im Auge? Oh Gott, ich kann immer. Wenn ich in der Synagoge bin oder in der Schule war, dann haben die Leute gefragt, hat der Andreas recht? Und dann sagt er, ja, ja, hat recht. Und er hat ständig recht. Egal wo, weil ich kenne ja die Tora. Lese, das ist mein Lieblingsbuch. Und den Talmud und die Mitrasch und so weiter. Und die Tanakh und die Geschichte. Und so lustig ist das. Und wenn du zu viel Wissen hast, Infinity bist, dann ist das wie, als würden alle Menschen Babys sein. Das sind selbst erwachsene Menschen, erwachsene Frauen, erwachsene Männer. Das sind wie kleine Kuscheltiere, Kluschtiere. Einfach nur zum Backen knurren und fertig. Wie kleine dreijährige Kinder. Die meinen, sie haben die Welt gesehen und dabei sind sie noch sehr, sehr unerfahren. Oh Mann. Okay. Also, wo waren wir? Genau. Also, der Anwalt oder die Anwältin, die müssen das absegnen. Du kannst nicht einfach Material einfach zeigen und pressemäßig, das geht nicht. Das geht alles nicht. So, und zum Schluss halt noch, dass alles weiter halt, man sagt, ja, wenn sie da nichts dagegen hat, dann hätte sie das unterschreiben können. Das ist, wie gesagt, was ich vorher erwähnt habe, rein juristisch gesehen her, nicht möglich. Okay. Und darum hat sie es, ähm, oh Gott. Oh Mann. Du musst mich wieder beruhigen. Und darum hat sie, hat sie es nicht gemacht. Okay. Also, lange Rede, kurz Sinn. Wir können nichts unterschreiben, was nicht abgesegnet ist. Zweitens. Man kann niemandem irgendetwas fortsetzen, ne? Also, so hier unterschreibt das, ohne dass die Person die Möglichkeit hat, sich zu informieren. Politiker oder Politikerinnen oder egal wer, außer Anwälte, selbst Anwälte, müssen sich absichern juristisch. Und das ist der Grund, warum sie es nicht unterschrieben hat. Das ist der einzige Grund, warum sie es nicht unterschrieben hat und warum halt die, äh, Frau, äh, die, äh, süße Frau hier einfach nur Blödsinn, ich weiß es nicht, ihr Name wieder ist, egal, einfach nur Blödsinn daher spricht, ne? Oder redet. Das ist einfach Blödsinn. Es ist einfach so, wir leben in einem Rechtsstaat, wir leben in Deutschland und da wird alles, äh, per Text festgehalten, so. Und, äh, mehr will ich auch jetzt nicht sagen, weil sonst, wenn ich, äh, weil die Leute, die kein Grundwissen haben, äh, und das, äh, nicht gelernt haben, will ich, äh, das macht keinen Sinn. Schreibt es einfach in die fucking Kommentare rein. Wenn ihr Fragen habt zu Jura-Sachen oder sonstige Sachen oder, äh, Themen, die euch irgendwie einfallen oder die Videos, die ich dazu machen soll. Das ist von mir aus von Maurer bis zum Dachdecker oder Zimmerer, ich weiß alles, was Super Edition durch den ewigen Matrix. Super, ich kann Super Kung-Fu, ne? Einfach reinschreiben, dann kann ich euch das, äh, beantworten, ne? Aber es gibt, wie gesagt, äh, Regeln und... Deswegen hat es das halt nicht gemacht und, ja, ach, genau noch zu, äh, zu, zu, zu diesen, ähm, zum Schluss, zu diesem, ähm, Fazit, äh, von den AfD-Mitbegründern, Mitbegründern, ähm, dass die besorgt sind, dass, das wissen wir nicht, ob das wirklich ihre Gedanken sind oder ob das Gedanken sind nur für die Show, ne? Weil, ganz ehrlich, äh, wenn die so besorgt gewesen sind, warum haben sie sich nicht früher gemeldet, ne? Warum erst jetzt, ne? Dann gibt es immer halt so, so Punkte, wo ich sage, Alter, äh, wenn du früher von, äh, Leuten gekillt worden fasst, wärst du erst früher doch etwas erzählt, ne? Also, jemand will sich halt wichtig machen, jemand will eine Story haben oder will seinen Ruf reinwaschen, ne? Das ist halt immer das Problem. Wir haben das mit... Wir sehen das bei so vielen Leuten, die, der eine sagt was gegen, äh, äh, Homosexuelle, äh, vor 10 Jahren, und heute ist er, äh, homosexuell geworden, um ja, nicht ein negatives Aussehen zu haben. Also, es gibt wirklich kankgefirkte Sachen, da muss man halt wirklich aufpassen, weil früher noch vor 20 Jahren sagte eine, hey, Terminator ist super schlecht, Arnold Schwarzenegger ist eine Lusche, und, äh, 10 Jahre später, äh, ist er sein bester Freund, ne? Man muss halt wirklich, äh, den Menschen analysieren und ganz genau darauf achten, wie der Mensch und was halb, was für Nutzen er hat. Motiv, genau, Motiv nennt man das, bei der polizeilichen Arbeit nennt man das immer Motiv. Oder bei der detektiven Arbeit, der polizeiliche Kriminalpolizei sagt halt, ey, naja, ich hab mich da mal schlau gemacht, weil ich mich bei der Polizei für bewerben wollte. Nur leider sind die antisemitisch wie bis zum geht nicht mehr. Auf polnisch sagen wir wie schwinia nero, ne? Also, wie, wie, nicht mal, das kann man nicht so besetzen, das würde bedeuten, nicht mal ein Schwein würde sich bei der Polizei bewerben, wenn es dürfte. So schlimm ist die Polizei. Also rassistisch ist ohne Ende in der Polizei und, äh, antisemitisch, äh, bis zum geht nicht mehr. Natürlich würden sie das, was ich hier sage, diffamieren, sie müssen es, ne? Sie müssen es, so sind sie die fit. Ähm, und deswegen da auch müsste man schauen halt, welche, was will derjenige sich reinwaschen, was sind seine Hintergründe, was sind die Motive von jemandem, was will er damit bezwecken und so. Ich will euch noch aufklären, ich will damit gar nichts bezwecken, äh, ich bin ein, ein Typ, der einfach meine eigenen Probleme hat, so wie Sergio Menka, Sergio Menka sehr gut sagt und ich hab einfach, wenn ich hab und zum aber sehen, was mich interessiert, mach ich dazu ein Video und kann nur sagen, hey, mich hat ZDF bis heute nicht eingeladen, auf meine Bewerbungen, äh, bei ZDF zu arbeiten oder bei irgendeinem dieser Kanäle Nullen, ne? Ich bin halt zu dem zu kontrovers und irgendein YouTuber hat mir, bis mit Interview auch nie was gegeben, ne? Vielleicht auch meistens, weil ich zu klein bin, weil ich ein Nobody YouTuber bin, ne? Aber ich hab gar kein Problem, das zu sagen, weil es ist halt einfach so, das ist Fakt, ne? Mit 639 Abonnenten bin ich ein Nobody. Hätte ich vielleicht mindestens 1000, wäre schon etwas, aber, naja, selbst dann wäre ich ja niemand. Aber das ist nicht so schlimm, das war's. Schreibt's in den Kommentaren, abonniert meinen Kanal, liked meinen Kanal und, äh, demnächst gibt's ein paar andere coole Videos zu, ähm, ja, zu AfD, zu SPD und so weiter. Ich werd da schon was machen, komm ich danach. So, äh... ...